Wer gestern enttäuscht war, weil der Elschreiten nicht buchen konnte, hier ist das Making-of. Tut mir furchtbar leid, wir sind aber auch heilfroh, dass wir es nicht machen. Dafür sind uns unsere Elsche zu schade. Das war natürlich ein Schach zum ersten April, aber besuchen könnt ihr uns immer noch. Ich übe noch ein bisschen.